. 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 Jetzt nehmen wir auch Zeit, euch etwas zu verzapfen. Und wenn ihr Zeit habt und ich Zeit habe, dann haben wir ja beide Zeit. Und darum ist es jetzt höchste Zeit, dass wir keine Zeit verlieren, sondern mit unserem Kasperli-Spiel anfangen. Oh, du Riebi-Zeit, was wollte ich euch jetzt auch spielen heute? Aha, natürlich, jetzt kommt es mir wieder in Unsinn. Das Stück, das jetzt kommt, heisst den Seeräuber und den Buddelhund. In diesem Spiel machen mit den Fischer-Kümmerli, der Lumpi, sein Buddelhund, der Seeräuber Huckenzuck, der Schwartenmagen, sein Matros und der Felix, ein stolzer, schöner, weisser Schwan. Und einen hätte ich noch fast vergessen, mich, den Kasper. Ich bin natürlich auch wieder dabei. Also, Kinder, passet gut auf, hört gut zu, es hat schon angefangen. Grüezi, Kasper. Grüezi, Kasper. Jetzt schau gleich an, da kommt der Fischer-Kümmerli mit dem Lumpi, seinem lustigen Hündchen dorthin. Grüezi miteinander. So, Kasperli, was machst du auch immer? Schnaufen. Nein, ich meine, was machst du dir ganze Zeit? Leben. Dumm, Kasper. Ich meine doch, wie geht es dir? Bergauf geht es langsamer und bergab geht es schneller. Ja, du bist wieder einer. Natürlich bin ich einer. Ich bin doch nicht zu weh. Sonst wäre ich ja ein Zwilling und einer allein kann doch kein Zwilling sein. Bist du meine, wieder ein bisschen Überstellung heute, gell? Nein, nein, nur für die Fedi Röhlich, weil es mir so gut geht. Oh je, Kasper. Mir geht es gar nicht gut. Warum nicht, Fischer-Kümmerli? Weil ich mich immer ums Fischen kümmern muss und die Koggen-Fischli wollen heute einfach nicht anbeissen. Wuhund, wummets, wuh, wunzli gefungen. Was hat der Dackel gesagt? Der Lumpi ist doch kein Dackel. Ist es ein Dackel? Nein. Oder ein Dirkel? Uh, uh, ich bin ein Buddelhund. Aha, ja klar, du bist ein Nudelbündli. Ich meine ein Buddelhundli. Sag mal, Lumpi, wieso kannst auch du reden? Ich bin ein Gescheidehund. Was oder was bist du? Er sagt, er sei ein Gescheidenhund. Er frisst halt Alltag Fisch und vom vielen Fischessen wird man gescheiden. Jawohl, alle Gescheidengeister essen Fisch und Kleister. Dann esse ich von jetzt an Fischkleister und dann werde ich noch gescheiden. Ach Kasperli, was erzählst du auch wieder? Du Kusperli, ist ein Lustiger. Jaja, Lumpi, der Kasperli ist ein Lustiger, das stimmt. Warum schwafelt er auch so kurios Gespässe komisch? Schau, das ist ja so, Kasper. Der Lumpi hat zwar gelernt zu sprechen, weil er so gescheiden ist, aber er kann halt nur ein U sagen, weil er sich das vom Bellen her gewöhnt ist. Aha, ja so, also weg. Du Lumpi-Liebe, soll ich dich lernen recht reden wie ein Mensch? Juhu. Oh, herrje Kasper, das kann lang dauern. Ich habe gewiss keine Zeit. Ich muss noch mal an den See runter fischen. Sonst habe ich bis zu Abend nicht mal ein Schwänzchen für mich selber. Oh, das wäre dann traurig, wenn Sie und Lumpi Hunger haben müssten. Kannst du noch ein bisschen spielen mit meinem Lumpi, Kasper? Ich gehe jetzt fischen. Adieu, Herr Kümmerli, gehen Sie in Würmli baden. Und wenn die Fische nicht anbeissen, müssen sie halt etwas Besseres an die Angle hängen. Ein Servila, oder eine Schützenwurst, oder eine St. Galler-Schüblich. Fische schnappen jetzt allweg nach St. Galler-Schüblich. Ja klar, die meinen doch, das sei ein moordsdicker Regenwurm. Ich gehe jetzt. Tschau zusammen. Seid lieb miteinander. Uh, uh. Murs und Gunzluub, Mut und Hund. Adieu, Herr Kümmerli. Du Lumpi, pass auf. Jetzt lehre ich dich mal recht reden. Uh, dull. Nein, doll, nicht dull. Sag mal Hand. Hund. Nein, Lumpi, du bist ein Hund. Das hier ist eine Hand. Jusu. Nein, das heisst ja so. Nicht Jusu. Du. Sag mal warm. Wurru. Nein, warm. Nicht Wurm. Sag Schluss. Schluss. Nein, nein, jetzt ist noch nicht Schluss. Jetzt haben wir ja erst angefangen. Hör jetzt ganz genau zu und sag mir's noch. Doppel. Doppel. Du, gell? Wird nicht frech, Lumpi. Sonst gibt es dann kein Festchen heute Abend. Kasperli. Kasperli. Komm schnell. Ich habe etwas an den Angeln, das mich fast ins Wasser zieht. Oh, komm Lumpi. Wir müssen den Meistern helfen. Hu, hu, hu. Sofort. Hu, hu, hu. Komm mit. Komm mit. Es schrägst mir fast die Angeln aus der Hand. Was ist es? Keine Ahnung. We hope you enjoyed this preview. To continue listening to this audiobook on Google Play Books, use the link in the video description. description. Bye for another video. See you plotku Prima,emok? Untertitelung des ZDF, 2020